Freitag 19 Uhr und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Winner Circle Sendung erstmalig zweimal in einer Woche. Nach dem Ausfall in Gladbach konzentrieren wir uns im zweiten Teil der Sendung auf die Kriau in Wien. Dort wartet ein Doppeljackpot in der Super 76 Wette und ich habe den Experten überhaupt Alex Sokol nachher zu Gast und den aktiven Christoph Fischer und darauf freue ich mich. Vorher möchte ich aber gerne mit Marlene sprechen, denn Marlene, du bist momentan so ein bisschen im Munde aller, obwohl du gar nicht gefahren bist am letzten Rennstag. Grüß dich erstmal, schönen Abend. Ja, erstmal hallo, danke. Ja und du hast es vielleicht ein bisschen mitbekommen im Hofweltforum. Ist dein Name des Öfteren gefallen? Ja, man wollte wissen, ob du das Erlebnis vergessen hast oder nicht. Hast du das überhaupt gelesen und mitbekommen? Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es nicht gelesen. Ich versuche mich eigentlich immer mit solchen Dingen halt nicht allzu doll zu beschäftigen, weil ich mir oft solche Sachen zu sehr zu Herz nehme, aber mir wurde es vermehrt geschickt. Dementsprechend habe ich natürlich da doch mal reingeschaut und mir einige Dinge durchgelesen. Ja, habe sie auch verstanden teilweise und bin jetzt auch sehr dankbar darüber, dass du mich gefragt hast, dass wir einige Dinge eventuell erklären und klarstellen können. Okay, ich denke auch, vielleicht haben viele das Laufen in Hamburg gar nicht gesehen und auch wenn es jetzt für dich schwerfällt, denke ich, sollten wir uns diese Startphasen mal anschauen und die Regie hat hier einiges vorbereitet und ich würde jetzt mal sagen, Vivian, einmal bitte das Video abspielen. Wir sehen dich hier, das ist noch vor dem Rennen beim Aufkentern, jetzt noch nicht, aber vermutlich gleich. Da hast du gleich schon einmal den Bänderstart geprobt und da konnte man schon so ein bisschen das kribbelige Gefühl von Maharana Zigi auf jeden Fall sehen. Wir haben dich jetzt im Bild, Pferd Nummer drei in deinen bekannten Farben und da sieht noch alles relaxt aus zu dieser Zeit, oder? Ja, definitiv. Ich möchte auch einmal vorab sagen, dass das mit der Blendkappe war ganz allein meine Idee und Entscheidung nicht. Ich habe natürlich mit Papa vorher gesprochen. Er meinte, ich kann es probieren. Im Vorlauf war es super. Er hat sich auch toll benommen. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, als würde irgendwie was passieren. Ich hatte wirklich ein ganz, ganz, ganz gutes Gefühl. Und hier sieht man, dass er Angst hatte und die Schuld bei diesem Eindrehen nehme ich ganz alleine auf mich, weil ich definitiv in dieser Situation zu eng eingedreht bin. Und dadurch hat das Rad einmal geknackt oder es hat ein Geräusch von sich gegeben, wo er sich dann erschrocken hat. Und dadurch war er durch dieses enge Eindrehen sowieso ein bisschen kribbelig. Und dann sieht man ja beim ersten Spielstart jetzt zum Beispiel, dass es da halt auch, er ist ein sensibles Pferd. Das war also mit dem ersten Eindrehen, das nehme ich wirklich definitiv auf meine Kappe. Es war zu eng, es hat ein Geräusch gegeben und davor hat er sich einfach definitiv erschrocken. Aber hattest du ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon ein schlechtes Gefühl, weil er dir schon sehr stark in die Hand ging? Wirklich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Ich fahre sehr, sehr gut. Ich fahre ihn zu Hause sehr regelmäßig. Ich arbeite seitdem er jährlich ist eigentlich mit ihm zusammen. Ich habe oder ich vertraue ihm. Ich hatte keine Angst, keinen Respekt. Ich bin da eigentlich trotzdem auch nach dem Aufkentern und auch noch nach dem ersten Fehlstart eigentlich mit einem... Ich dachte, okay, das war jetzt nicht optimal, aber ich hatte nicht das Gefühl, als könnte ich ihn nicht kontrollieren. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal die Startphase zum zweiten Startversuch an. Die Pferde kommen wieder auf die Innenbahn. Du bist die letzte Teilnehmerin. Und ich glaube, jetzt war dann Ende. Und wir müssen sagen aber auch, dass zum Glück auch nichts passiert ist. Also weder den Fahrern noch den Pferden ist an diesem Tag wirklich nichts Gravierendes hängen geblieben. Ja, ich habe noch versucht, in der Situation so gut wie es geht, irgendwie zu rufen, dass die anderen Teilnehmer auch hören, dass ich momentan keine Kontrolle habe. Ich habe wirklich eigentlich relativ laut geschrien, aber in dieser Situation, wenn es zu so einem großen Rennen geht, sind natürlich auch alle fokussiert. Die denken, jetzt geht es in die Startphase. Jeder muss natürlich 100 Prozent bei seinem Pferd sein, dass der Start top wird. Ja, ich war sehr froh, dass er... Also er hat einen Teilnehmer mitgenommen. Das war für mich eigentlich nur mit das Schlimmste, weil ich natürlich keinen anderen in Gefahr bringen wollte. Oder das möchte natürlich immer niemand. Wenn einem selbst was passiert, dann ist das grausam. Aber wenn man dann noch andere mit ins Boot holt, ja, prägt, also plagt einem doch das schlechte Gewissen. Und das hat mich auch über Wochen hinweg beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Das macht keinen Spaß, das macht man nicht mit Absicht, aber in der Situation hatte ich schlichtweg keine Kontrolle. Und es hat mir ganz, ganz doll leid getan, aber es ist leider auch nicht mehr rückgängig zu machen. Ich bin froh, dass die Pferde und Fahrer, ja, so gut wie es geht, ohne Blessuren da rausgekommen sind. Und dass sich da keiner weiter verletzt hat. Das war für mich wirklich in dem Moment dann das Wichtigste. Ja, du bist ihn ja davor auch schon neunmal gefahren und auch mit immer wieder gutem Erfolg. Und auch im Training hast du ja gesagt, du kennst ihn in- und auswendig. Bist ihn aber danach nicht mehr im Rennen gefahren. Ihr hattet beim ersten Start Michael Hamann verpflichtet. Im Wenderstart mit welcher Begründung? Also erstmal sind leider die Autostarts in seiner Klasse häufiger ausgefallen. Dementsprechend ging es dann halt nur zum Wenderstart. Und da habe ich mit Papa vorher gesprochen. Und wir haben gesagt, auch eigentlich, um teilweise Gespräche ein bisschen aus dem Weg zu gehen, setzen wir der Michael drauf. Der hat das super mit ihm gemacht. Es hat alles ganz, ganz toll funktioniert. Und Michael hat auch nach dem Rennen gesagt, dass er ein tolles Gefühl hatte. Er war lieb. Er hat nicht irgendwie eine Sekunde das Gefühl gehabt, als könnte etwas passieren. Und dann habe ich zu Papa auch gesagt, ich würde es super finden, wenn er ihn das nächste Mal wiederfährt. Weil das einfach so gut geklappt hat. Und dann kann man vielleicht bei dem Team erstmal bleiben. Dann hat sich leider nach der Startangabe herausgestellt, dass Michael hatte ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Er hatte einen Unfall, war dementsprechend verhindert. Dem ist erstmal nochmal gute Besserung. Ich hoffe, alles läuft ganz gut. Dann haben wir hier am Tisch gesessen und überlegt, wie wir das machen. Papa hat gesagt, wir können ihn abmelden, wir können zu Hause bleiben. Das ist alles gar kein Problem. Und ich habe von mir aus gesagt, nein, ich probiere das. Ich habe vor ihm keine Angst. Ich weiß, dass es ein liebes Pferd ist. Ich habe gesagt, ich fahre den Heat. War eigentlich zu Hause auch guter Dinge. Und bin da ganz motiviert an die Sache rangegangen. Habe dann aber einfach im Heat gemerkt, dass diese Situation nochmal so ein bisschen in mir hochgekommen ist. Ein großer Faktor dabei war doch, dass es dunkel wurde und ich auf die Innenbahn geguckt habe und gesehen habe, wie dunkel die Innenbahn ist. Und ich mir wirklich einfach, ich war mir unsicher. Ich hatte kein gutes Bauchgefühl und wollte dieser Situation, die in Hamburg passiert ist, aus dem Weg gehen. Ich wollte keinen anderen in Gefahr bringen und habe einfach zu mir selbst gesagt, wenn ich schon mit einem komischen Bauchgefühl an die Sache rangehe, macht es meistens keinen großen Sinn. Und habe dann entschieden, dass ich die Fahrt nicht antrete. Okay. Ich denke, das zeugt von Respekt. Ich denke, auch einige Meinungen sind an dir herangetragen worden. Ich denke da an Dirk Paczynski und auch Karin Walter-Mommer, die deutlich ihr Statement gesetzt haben dazu, dass das bestimmt auch für dich keine einfache Entscheidung war in dem Augenblick. Nein, natürlich ist es keine einfache Entscheidung gewesen. Erstmal möchte ich mich dafür auch bedanken, dass mir der Rücken auch gestärkt wurde. Es ist immer sehr leicht, Negatives zu erzählen und sich über gewisse Dinge drüber hinwegzusetzen. Deswegen danke erstmal an dieser Stelle. Es war für mich keine leichte Situation, weil ich wusste, was ich damit loslösen werde. Trotzdem war es in der Situation für mich die richtige Entscheidung. Einfach, weil ich niemanden in Gefahr bringen wollte. Und dann nach dem Heat hat Papa auch zu mir gesagt, wir haben zwei Varianten. Er kann jetzt Wolfgang Prange fragen oder wir melden ihn ab. Dann ist er... Ja, dann frag doch den Wolfgang. Er ist auch ein super erfahrener Fahrer. Er hat ihm die ganze Situation erklärt. Also wir haben da auch mit offenen Karten logischerweise gespielt. Steht gar nicht zur Frage. Er hat dann gesagt, nee, er fährt gerne. Und hat auch zu uns nach dem Rennen gesagt, dass er war total brav. Er hat sich gar keine Gedanken machen müssen. Ja, darüber habe ich mich natürlich dann auch gefreut. Okay, aber du hast auch gesagt, ich denke mal Autofahren werden wir dich dann schon mit ihm sehen, weil das war jetzt nur eine Bänderstart-Sache. Definitiv. Wenn es Rennautostart gewesen wäre, hätte ich gar nicht überlegt. Dann wäre ich sofort gefahren, hätte die Fahrt auch angetreten. Es geht einfach nur um den Bänderstart. Ich hatte im Heat ein komisches Gefühl. Die Situation ist irgendwie in mir nochmal so ein bisschen hochgekommen. Und dann wollte ich da keine Gefahr eingehen. Denn im Rennen macht er sogar eigentlich eher einen phlegmatischen Eindruck, so habe ich das Gefühl. Er ist auch wirklich kein böses Pferd. Das ist natürlich für mich leicht zu sagen. Aber er ist, ja, er ist ein ganz braver Kerl. Ich weiß auch nicht, was da in ihm vorgegangen ist. Im Autostart bin ich auf jeden Fall dabei mit ihm. Und ich sage jetzt mal, wenn Wolfgang oder wenn Michael ihn dann da fahren wollen, dann können sie das auch gerne. Ich bin da für alles offen. Ja, vielen Dank schon mal für deine ehrlichen Worte und dass du da Rede und Antwort stehst. Dieses Jahr sehr spannend, auch für deine Familie. Es geht zur Europameisterschaft der Amateurfahrer für deine Schwester. Und wirst du sie begleiten und unterstützen? Ja, definitiv natürlich. Ich freue mich da ganz doll drauf. Meine Schwester hat mich immer begleitet. Jetzt ist die Situation umgedreht. Ich weiß, dass man, also ich bin wahrscheinlich nervöser als sie selbst. Ich freue mich da drauf. Das ist jedes Mal ein tolles Erlebnis. Man trifft viele nette Menschen. Es ist, ja, macht ganz viel Spaß. Und du stärkst dir auch den Rücken so ein bisschen auch für die Traber-Allianz. Da weht ja so gerade so ein frischer Wind so ein bisschen durch. Und man ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Und Lynn hat immer wieder erwähnt, dass du so ein bisschen mitwirkst im Hintergrund. Ja, ich versuche ein bisschen zu unterstützen natürlich. Stehe ich da nicht mit meinem Namen. Ich versuche auch, ja, ich wirke im Hintergrund ein wenig mit. Und du wirst wahrscheinlich für die richtigen Fotos sorgen während diesen Meisterschaften und uns dann auf den sozialen Medien wahrscheinlich damit auch unterstützen. Denn Linda kann nicht. Die sitzt im Sulki. Definitiv, wenn ich das vor lauter Aufregung mich vergesse, dann nein, ich werde auf jeden Fall mit Bilder und Videomaterial alle versorgen. Marlene, sehen wir dich vielleicht auch schon zum Fritz-Brandt-Rennen? Ja, ich hoffe. Der aktuelle Stand ist erst mal ja. Ich habe das große Vergnügen und Glück, dass ich Majestik steuern darf. Ich freue mich da ganz doll drauf. Ich bin super dankbar, dass ich dieses Pferd zur Hand haben kann. Tolles Pferd. Und bis jetzt läuft alles nach Plan. Dementsprechend sehen wir uns dann Karfreitag. So ist es. 7. April, Karfreitag, große Fritz-Brandt-Rennen, großer Osterrenntag hier auf der Rennbahn Berlin. Und wir sprechen gleich mit Alex Sokol und mit Christoph Fischer zum Renntag in der Kreau. Marlene, herzlichen Dank und noch einen schönen Abend wünsche ich dir. Das Gleiche, lieben vielen Dank. Dankeschön. Nach Marlene Matzki freuen wir uns jetzt auf Trabbrennsport aus der Wiener Kreau. Und ich darf begrüßen einmal Christoph Fischer und den Experten Alex Sokol. Seid gegrüßt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wenn ich ein bisschen verzögert antworte, liegt es daran, ich habe hier meinen Simulcast Translator im Ohr. Und für alle Zuschauer bei YouTube gibt es die Untertitel. Also heute konzentrieren wir uns auf Österreichisch. Und wir haben einen guten Jackpot in der Super 76-Wette, einen Doppeljackpot. Ich glaube, jetzt schon zweimal nicht erraten. Ihr nennt es immer erraten, weil ich denke auch, das ist ein Ratespiel zum größten Teil. Alex, wie lange ist der Jackpot schon aktiv? Ja, wie du sagst, Doppeljackpot. Die Sechser waren jeweils erraten. Und so wie es bei euch in Berlin ist, 25 Prozent vom Tagespot wandern dann zu den Sechsern. Aber der Rest ist dann Jackpot für den Siemer. Ist zumeist am Anfang nicht aufregend. Ja, vor allem eben, wenn es in Deutschland Parallelrenntage gibt. Beziehungsweise ist auch wichtig, deutsche Starter, wenn die hier sind. Also da merkt man schon am Umsatz den Unterschied, wenn es deutsche Starter in Österreich gibt oder eben nicht. Das war die letzten zwei Mal nicht der Fall. Und somit wächst er langsam, der Jackpot, aber er wächst. Ja, ich denke trotzdem, dass viele deutsche Fans zuschauen werden. Zumal es ja kein Trabbrennsport an diesem Wochenende in Deutschland gibt. Starten wir mal mit dem dritten Rennen. Und jetzt, wo wir natürlich auch Fischi hier haben, müssen wir natürlich auch über seine Starter sprechen. Oder dort, wo er verantwortlich zeichnet, Fischi. Du beginnst hier gleich im ersten Lauf der Super 76-Wette mit Kronprinz Rudolf. Aber ich glaube, der kommt von zu Hause. Der kommt von zu Hause, ja. Der ist ja auch fleißig bei uns trainieren. Er ist ein tolles Bärz. Sollte eine mögliche Chance haben. Ja, mehrmals platziert gewesen. Ein Strich auf deinem Ticket, Alex? Kann man durchaus in Erwägung ziehen. Also bei drei Pferden hätte ich ihn dabei. Und es würde zum Auftakt auf jeden Fall mindestens mit drei gehen. Kann man natürlich erweitern. Aber ich glaube, mit den drei müsste man nicht durchkommen. Wir haben uns eben Kronprinz Rudolf an die Startnummer 5 Haun SSR mit Hansi Breining und Otero. Sehr starke Leistungen in Tagelfing gezeigt. Starke Siege. Also das sind die drei Pferde, die ein Muss sind. Ja, wer spekuliert, kann mit den einen oder anderen gehen. Das sind einige Pferde, die keine guten Formen haben, aber gar nicht so schlechte Pferde sind. Virgil Venus, der gewinnt nicht gern. Blö-Roi läuft meiner Meinung nach unter Wert, kann mehr. Und auch Hulk Venus, der läuft ein bisschen enttäuschend momentan. Aber ich glaube, den kennt der Fischi, mit dem er letztes Jahr in Wales einmal gewohnt hat. Ja, ist ein tolles Pferd. Sehr pragmatisch im Rennen, aber er kann laufen. Ja, aber er hat momentan nicht so die Form geschafft. Also da gehe ich ganz mit dir, Alex. Also ich muss sagen, ich glaube auch mit mehr Palast. Entschuldigung, Hansi. Ich merke schon, es wird lustig mit euch heute. Thomas Treuer habt ihr noch nicht dabei. Warte mal, das ist auch nice. Die Führung, an die Führung kommen. Kumpel Zudelhoff muss sich irgendwie auspacken. Und wenn der Rufi den Otero, so wie ihn Tagelton, zweimal einsetzt, also auf kurzen Speed, dann glaube ich, ist das sehr brandgefährlich. Okay. 20 Prozent habe ich verstanden, aber ich denke, das muss reichen für die Auftragsprüfung. Gehen wir weiter ins nächste Rennen. Und hier, Fischi, bist du dabei mit Chakalak, ein Pferd, was jetzt erstmal nur einen Probelauf gemacht hat. Erzähl uns ein bisschen zu deinem Starter. Naja, wir haben den jetzt seit Dezember bei uns. Wir haben im Jänner begonnen mit dem Training und er hat sie gut gemacht und die sehr gute Dinge von ihm, sehr gute Dinge, dass er gut überzeugen wird. Ist das ein Anstart oder rechnest du dir schon mehr aus? Nein, nein. Wir haben einen Probelauf gemacht in Wels und er war sehr ansprechend. Er war voll motiviert und anstatt wird es keiner. Also ich denke schon, dass er ein gutes Sieg schafft. Okay. Die Zeitung, euer Rennheft, Krio Magazin, sieht hier King of the World als Bank in der Super 76. Mir hat das Laufen letztes Mal nicht gereicht, Alex. Da war er ebenfalls favorisiert, klarer Favorit, aber der ist doch mit seinen 14 Jahren jetzt auch, ja, das ist jetzt, was ich meine. Verstehe, was du meinst. Ich war auch letzte Woche schon der Meinung, ja, natürlich ist er die Klasse im Feld, aber ich habe mir letzte Woche schon gedacht, zum Gewinnen wird es nicht leicht. Das heißt, die werden 14-jährig und 40 Meter Zulage, auch wenn das natürlich Pferde sind, die theoretisch Tag und Nacht schlagen müsste. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu, King of the World hat in Wien noch kein einziges Rennen gewonnen. Das sind dann schon mehrere Faktoren und im Gegensatz zur Zeitung habe ich eine andere Bank und setze da gleich den Fischi unter Druck, beziehungsweise setze ich ihn unter Druck, weil ich verlasse mich auf seine Qualitäten und die vom Chakalak. Ich würde gleich einmal Bank Nummer 1 hier setzen mit Chakalak, weil das Pferd, wenn der voll fit ist, steht für mich eigentlich schon drüber. Der hat solche Aufgaben schon leicht gelöst und ich glaube, den kommen auch die 2-6 zugute im Gegensatz zu einigen anderen hier im Feld. Ein Pferd, was letztes Mal noch gut gelaufen ist und eigentlich schon seit der Gegenseite wie der Sieger aussah, nur im Ziel hat er nicht gewonnen, das war Lord. Ja, der ist am Fahrer, glaube ich, gescheitert, also im Finish. Fischi, bist du da zu früh losgefahren? Hättest du noch hinterbleiben sollen? Nein, ich habe das schönste Rennen gehabt, also der andere hat auch zurückgekämpft, also Indienmo war an diesem Tag besser, also ich war sehr zufrieden mit dem Lord und gekämpft und war alles okay, also das hat schon passt. Perfekt, also wir sehen hier Schakalack, also die Empfehlung und Fischi hat zumindest nicht bestritten, sondern eher bestätigt. Dann wird es aber recht offen, denke ich, im fünften Rennen über die Meile. Hier brauchst du aber ein paar Striche mehr, Alex. Lange überlegt, ob ich hier nicht eine mögliche Bank habe, statt Schakalack, weil eine Bank für mich ist fix, aber zu der kommen wir später. No-Geld-Face, da haben wir auch wieder ein Problem, also 1600 Pferd aus der zweiten Reihe, es könnte weite Wege bedeuten. Es wäre für mich eigentlich eine mögliche Bank, allerdings, wie gesagt, zweite Reihe 1600 Meter ist immer ein bisschen schwierig. Einspricht dafür, erstattet hinter Cockshade Venus und Russell Yankee, zwei Pferde, die eigentlich ziemlich gut beginnen und von dem her könnte er bald eine gute Lage haben, aber im besten Rennen läuft der No-Geld-Face, glaube ich, mit der Führung, kann auch von hinten gewinnen, aber am besten von vorn. Der, wie gesagt, eine mögliche Bank und ansonsten hast du durchaus recht, offener Bewerb, die zwei, die ich angesprochen habe, die gut beginnen können, mit Cockshade Venus und Russell Yankee, sind da mögliche Kandidaten, ebenso wie laufgewaltiges Pferd. Ich hoffe, der Dominik Zeininger verzeiht es mir. Ich glaube nicht, dass er mir die Bahn bringt, aber wenn ein Hero de Brigade läuft, dann kann der da so ein Rennen auch gewinnen, auch wenn der nur 5000 Euro Geld gewonnen hat. LRF ist ein treues Pferd. Vielleicht bleibt Dink dann einmal über und ich glaube, der Fische wird man bestätigen können. Josef Gruber-June, der hadert immer ein wenig beim Hannes Venus. Das ist nicht ein Pferd, der eigentlich viel mehr kann, aber das nie so wirklich zeigt. Der lässt sich im Rennen immer so viel bieten und ja, sehr triebiges Pferd. Und jetzt, wo man weniger, noch weniger eben auf Pätschen Einsatz bauen darf oder soll, wird es noch schwieriger. Startnummer auch, alles andere ist ideal, obwohl das habe ich, glaube ich, letztes Jahr in Baden auch einmal gesagt, den nehme ich nicht wegen der Startnummer 7, weil in Baden sind eine 7 in einer Reihe und er hat mit Startnummer 7 gewonnen, also er hat mich dann gleich Lügen gestraft. Deswegen würde ich ihm dann auch nicht auslassen, wenn man hier mehrere mitnimmt. Aber wie gesagt, das ist am Papier ein sehr schweres Feld. Ich weiß nicht, wie es der Fische sieht, wie gesagt, mein Top-Favorit noch Geld für es, aber ansonsten kann da sehr viel passieren. Schwierig. Und Hannes Wieners fehlt so ein bisschen an der Einstellung, muss man wirklich sagen. Also der könnte es, aber er dringt jetzt einfach nicht auf die Bahn. Ja, weil ich glaube, der Josef Grover Junior hat ja, glaube ich, schon öfter gesagt, der trainiert mit einem Kronprinz-Rudolf, also mit den besseren Pferden von ihm und lässt die sogar im Training stehen und im Rennen geht nie was. Deswegen ärgert es ihm, glaube ich, immer ein bisschen. Kronprinz-Rudolf und Hannes Wieners sind die besten Freunde. Die turnieren miteinander, gehen miteinander auf die Koppel, die schlafen miteinander, was weiß ich. Auf jeden Fall, die sind echt die besten Freunde, aber ein kleiner Unterschied an der Einstellung ist bei den zwei. Er könnte das Rennen gewinnen, wenn alles passt. Er geht auf der Todesburg, er geht außen rum, es ist überhaupt kein Thema, aber wie gesagt, bei dem ist wirklich die Einstellung die Frage und für mich, also ich sehe jetzt den Cocktail-Venus von der Klasse her und den Nungerl-Face in dem Rennen, ja, einer von den zwei. Okay. Eine kurze Variante wird gegeben und natürlich, wenn Sie lang gehen, dann nehmen Sie die 800-Venus auf jeden Fall mit. Dann müssen Sie nicht fragen nach seiner Einstellung. Wir sind im sechsten Rennen und hier könnte doch der Sieger aus der zweiten Reihe kommen. Alex, oder? Wie siehst du es? Klassemäßig müsste auf jeden Fall aus der zweiten Reihe kommen. Aber ja, das sind eben DGS-Rennen. Bekanntlich bei uns sind es Handicaps, obwohl wir sind hier in der DGS-Gasse 280, sprich Pferde, die bis zu 280 Euro pro Start verdienen, sind, wenn man die Rennpreise in Österreich anschaut, keine so schlechten Pferde. Noch dazu zweite Reihe bestückt, Dominator Venus, der hat zuletzt am 12. März seinen 40. Lebenssieg gefeiert. Das ist schon eine Ausmarke. 40 Rennen gewinnt ein Pferd nicht so leicht. Amigo Venus, ein ehemaliges Derby-Pferd, genommen dann wieder gut in Schwung. Mentor Venus, ehemaliges Derby-Pferd, war zuletzt das Favorit gehandelt, aber der hat auch wieder eine passendere Prüfung im Pferd, das im Derby-Trostlauf gewonnen hat, damals Mim-Fischi. Voldemort Venus, der ist jetzt auch nicht so schlecht, also wenn man dann sich nicht nur auf die aus der zweiten Reihe spezialisiert, Voldemort Venus. Und mir hat aber auch Tony am Anstatt sehr gut gefallen, wenn der ein passendes Rennen hat. Also ich glaube, der Fischi selber hat zumindest eine erweiterte Siegschance. Beim Tony, glaube ich, muss ihm alles passen, aber das sollte uns eigentlich der Fischi selber erklären. Ich denke, der Sieg wird von 8 bis 12 entschieden. Also du nimmst noch die 8, geht das Kronos RZ mit rein? Ja, der ist natürlich gar nicht der letzte Start. Und der Tony ist auch schon in die Jahre gekommen, der bei dem Freund gefahren, das war ein super Rennen, was er gelaufen ist. Bobel auf Automat gut gefallen. Aber ich denke schon, dass die Hintern so 8 bis 12, dass die, je nachdem noch ein Verlauf, dass die ziemlich weit vorne sein werden. Okay, und dann lese ich so ein bisschen durch die Zeilen. Tony denn eher für die Platzierung hier wahrscheinlich in der Viererwette. Dann gehen wir weiter zum fünften Rennen in der Super 76 Wette. Und hier haben wir Fischi mit der 5. Elegance oder Elegance und auch ein Pferd, was jetzt wahrscheinlich Frühstimmtraining ist bei dir. Ja genau, die ist zugleich mit Chakalaki gekommen, die ist auch seit Anfang des Jahres im Training bei uns. Und ich muss sagen, schwer zu meinschätzen, die Stute. Also die habe ich auch Probelauf gemacht in Wels. Im Probelauf selber, was ist sehr phlegmatisch. und die muss ich mir mal anschauen jetzt im Rennen. Ich bin schon sehr gespannt. Okay. Piccolo hat mir sehr gefallen, Alex. Der kam letztes Mal angeflogen als Riesenaußenseiter. Hätte fast für eine Sensation gesorgt. Ja, nur ich glaube eben, das ist ein Pferd, der war lange ohne Freifahrt und ist, wie du sagst, angeflogen gekommen. Aber ich glaube genau, das sind auch die Rennverläufe, die er braucht. Das ist, das ist dann einer, wenn es aussieht, so viert da außen, ist das dann wahrscheinlich einer, der dann nicht so gut aussieht. Ich glaube, dass das einer ist, der aus dem Loch kommend einfach sehr stark ist. Aber wenn es dann vielleicht ein passender Rennverlauf ist, der dann nicht so überzeugend ist. Aber generell ist das schwierig zu lesen, das Pferd. Für mich Favoritin ist aufgrund des letzten Auftritts Flair Venus, die im Viechschirm in Herkules dann noch gefordert hat. Christoph hat dann natürlich alles im Griff gehabt, aber prinzipiell, sage ich einmal, die Flair Venus war schon sehr stark. Start Nummer 8 ist jetzt nicht ganz optimal. Task, der ist mobil in sehr guter Form, fängt gut an und der könnte durchaus Start-Ziel gewinnen. Pol-Digel-San ist ein sehr dreues Pferd, der durchaus auch mitmischen kann. Da muss aber, glaube ich, für ein Sieg alles passen. Und aus der zweiten Reihe hat man dann noch Power Schaman und Luis Kronos. Ja, also auch ein Rennen, wo man sich wahrscheinlich breit aufstehen muss. Es gibt wieder einige Rennen, wo man vielleicht Banken probieren kann und dann einige, wo vieles offen ist. Man sieht, unsere Super 76 beziehungsweise unsere Viel-Sieger-Wetten, die sind eigentlich schon immer sehr anspruchsvoll, auch für einen Spieler, weil da kann immer viel passieren. Rennen, wo man dann kurz bleibt, weil man sich einen Rennverlauf ausmalt, kann nach 100 Metern schon alles anders sein. Es soll jetzt nicht schlecht gegen unsere Fahrer gesprochen sein. Und ich finde es auch teilweise interessant, dass nicht so wie bei Rennen in Deutschland jeder in Ruhe gelassen wird, aber oft fährt man sich unnötig in den Kopf ein. Das ist das Negative. was Positives, dass zumindest der Rennen gefahren wird. Da kann aber dann immer was passieren, was überraschend ist, womit man einfach als Spieler auch nicht rechnet, wahrscheinlich als Fahrer nicht, weil, sagen wir mal, mit einer gewissen Grundtaktik, glaube ich, geht jeder ins Rennen, aber auch das ist eine Frage, die, glaube ich, an den Fischi weitergebe, wie er sich die Rennen von Haus aus immer so vorstellt. Aber ich nehme auch an, dass er sich eine Taktik festlegt, die dann oft nach 100 Meter oder nicht mal 100 Meter schon dahin ist. Natürlich, ich denke mir, die eine oder andere Taktik fest, aber man muss dann schon schön umschauen, dass solche Situationen nicht passieren, dass man dann schnell umschalten kann und dann mit der Situation eingehen kann. Das macht ein guter Fahrer aus, denn Fischi, deine Favoriten vielleicht noch für dieses Rennen? Ja, der Luis Kronos, der wohl letztes Mal nicht so, aber ich glaube, Huber Josef hat da was, ja, ich glaube, der hat da was gefunden und Ding, warum es letztes Mal nicht so funktioniert hat. Ich glaube, Eleganz geht auch gut, aber ich habe innerhalb von mir ich gut beginne und mal schauen, wie der Rennverlauf wird. Also breit aufstellen, oder? Ja, definitiv. Okay. Ich habe eine super Saison gehabt, ich glaube, letztes Jahr oder vorletzt Jahr, Alex? Ja, letztes Jahr hat er, glaube ich, fünf hintereinander gewonnen oder sechs sogar hintereinander. Der ist eben nicht zu unterschätzen. Ich glaube, der hat ein bisschen Pech gehabt beim Jahresanstarten mit dem Rennverlauf lange eingesperrt, hinten im Hintertreffen irgendwo gewesen. Und man hat es im Fliegerderby probiert, beim Start da am 2.10. im Oktober mit mit Power Schamanen und das war einfach zu schwer, die Garnitur, aber 5.9. ist brav mitgelaufen, sage ich einmal. Danach hat er nicht ganz so gut funktioniert, aber es ist auch ein Pferd. Und Gerd war ja unser 28-Fahrer Champion, der ist momentan in einer Pumpenform gelingt, momentan eigentlich wieder so gut wie alles. Und ja, den darf man auf jeden Fall nicht weglassen, wenn man mehrere hat. Und so wie der Christoph sagt, ist ein Pferd, der schon ein bisschen eine Klasse auch hat. Okay. Dann sind wir im achten Rennen und das muss ein bisschen kürzer wieder gehen nach zwei doch recht offenen Rennen und wir haben hier eine Bankempfehlung vom Kriau Magazin in Form der Nummer 4 Yves de Belouf und wir haben ein Pferd, was noch in der Nennungsliste steht für Berlin Mariendorf und zwar fürs Fritz-Brand-Rennen My Chronos Venus aus deinem Stall, Fischi. Wie sehen die Chancen aus und ist Berlin immer noch in Plan? Berlin ist nicht mehr in Planung, kann ich sagen, aber die Chancen schauen gut aus, aber ich, der Belouf ist schon auch ein halter Gegner. Vor allem ein Gegner im Prinzip, den du kennst, der bis, glaube ich, August oder so des Vorjahres, was ich bei dir im Stall habe, war krankheitsbedingt dann nicht so gut letztes Jahr, aber auch 4- und 5-jährig, wenn ich es so im Kopf habe, 10 Rennen gewonnen und jetzt, sage ich mal, ab seit dem Herbst wieder erstarkt und glaube, ein bisschen besser regulierbar hat es der Erich Kuh es geschafft, dass sie wird. Das war immer das Problem, glaube ich, bei dir, das ein bisschen zu heftig war, oder, Christoph? Genau, ich glaube, er hat irgendwas anders gemacht, aber auf jeden Fall funktioniert das super und das hat der Erich super hinbekommen, also, tipptopp, ich bin ein Fan von dem Pferd und ich glaube, sie müsste das Rennen ab 1600, ja, für mich gibt es keinen anderen Sieger, muss ich. Ich denke, Alex hat vielleicht noch das ein oder andere Pferd, denn ich glaube, seine Bank kommt im letzten Rennen, die zweite. Ja, bin im Prinzip, ist auch so eine mögliche Bank, aber eben, den Maikronus Venus sollte man nicht unterschätzen und auch ein Xaver Venus ist, wenn der Rennverlauf passt, ein sehr starkes Pferd. Ich sage, der würde da Sicherheitsvariante nehmen, falls die FD will auf, weil ein Rennen hat sie heuer nicht gewonnen und der Erich Kuh ist dann auch gesagt danach, hat er das ein bisschen schärfer rausschicken müssen, als was er wollte und dann konnte er sie nicht mehr halten, was dann letztendlich auch für den Sieg gefehlt hat. Es geht hier über 1600, von dem her 500 Meter kürzer, selbst wenn das das Problem ist, glaube ich, kann sie durchlaufen, also die Klasse hat sie, aber wie gesagt, falls das der Fall ist, es wird ein hochprozentiges Pferd werden in den Wetten und von dem her würde ich da mal dagegen probieren, ich mache das halt gern bei hochprozentigen Pferden, wo ich mir denke, irgendwas könnte vielleicht passieren, dass man da dagegen geht, aber prinzipiell bin ich auch beim Christoph und auch beim GRR Magazin, wäre schon die Bank, muss man ehrlich sagen. Ich würde sagen, auf 2100 Meter würde vielleicht noch Mike Kronos, Venus und Zababinus dazunehmen, das auf jeden Fall, aber auf 1600, glaube ich, ist die EVE. Okay. zum Schlagen und ist meine Bank. Also die vier hier ein klarer Favorit oder Favorit sind. Zababinus letztes Mal, glaube ich, recht defensiv gesteuert. Ich glaube, Hubert hat sich innen reingelegt und kam spät frei. Habe ich das richtig in Erinnerung? Warst du richtig in Erinnerung? Ja, das sind Momententscheidungen, die man trifft. Ich hätte es jetzt nicht ganz verstanden, weil der Zababinus ein Pferd ist, der es außenrum auch kam und da eigentlich schon fast klar war, dass es schwer wird, rauszukommen. Er ist noch sehr stark gelaufen, aber weit weg von den ersten drei. Mit sich hat er nichts zu tun gehabt, obwohl gelaufen ist auch wieder ein starkes Rennen. Aber wie gesagt, warum die Entscheidung so war, das ist das Fahrer wirklich oft im Moment die Entscheidung, wo man dann aus Außenstehender sagt, warum bist du da reingegangen, wie kann man das machen? Wird schon seine Gründe gehabt haben, gesagt, wenn ich Fahrer wäre, hätte ich es wahrscheinlich außen riskiert, aber wie gesagt, es kann ja auch Druck von außen gekommen sein. Es sind ja oft Dinge, die man als Außenstehender nicht so sieht. Okay, dann sind wir im letzten Rennen, im neunten Rennen der Karte und Fischi, denke ich mal, mit seinem besten Pferd im Stall, so würde ich jetzt vermuten, als Außenstehender. Ist das so? Ich denke auch, dass es so ist, ja. Du warst letztes Mal zweiter zu Exclusive Fire in 1.12.3 und ich meine mich zu erinnern, dass du ein Interview gegeben hast danach und ihr wart richtig, richtig zufrieden, auch mit dem zweiten Platz in der Niederlage. Ja, natürlich, ich habe die Nummer eins gehabt, habe früh raus müssen, der Victor hat dann ziemlich früh die Initiative ergriffen und ist an die Führung gefahren und dann voll tausend Meter, tausend einhundert Meter außenrum. Er hat mich abreißen lassen, also richtig gute Leistung. Ja, war schon gut, war schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ist das so ein Pferd, was man vielleicht auch mal auf Reisen gehen kann, vielleicht auch zum Derby-Meeting in Berlin-Mariendorf? Also ja, natürlich, wenn ein Rennen passt und wir haben schon noch das ein oder andere Ziel oder größere Reise vor mit ihm und das werden wir sicher, wenn er fit bleibt, hoffentlich ausnutzen. Okay, wieder Startplatz eins, konzentrieren wir uns auf das Rennen jetzt am Sonntag. Eigentlich kein Nachteil für ihn, oder? Nein, es lässt mal super weglaufen mit der Nummer eins, da waren nur einer oder zwei schneller. Auf 2.100 Meter schaut es auch anders aus, das lässt man nur 1.600 und er macht ihm nichts. Also wenn er so wegschleift, zuletzt mal bin ich unter dem. Okay, gestartet ist richtig gut an Ditches Diamant. Ist das ein Pferd, was dich wahrscheinlich ausfahren wird in der Startphase? Ist möglich, leicht möglich. Alex, wie siehst du den Rennverlauf? Kommt Fischi in Front oder ist einer schneller? Ich glaube, Führung braucht er nicht, wird aber auch nicht bekommen. Wie er zuletzt erklärt hat, auf 1.600 schon, er gibt dem Pferd die Chance, auf 2.100 Meter, glaube ich, könnte er mehr riskieren, weil bei 1.600 Meter ist bei uns genau die, beim Anfahren zur Startmarke, die Ausfahrt zur Bahn, wo es dann ein bisschen welliger auch ist, weil da auch Autos und so weiter drüber fahren. Da kann man nicht immer alles riskieren und da schlagt der Flügel, glaube ich, auch kurzzeitig ein bisschen zurück. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ist auf 2.100 Meter nicht so, aber ich glaube, wer die letzten Rennen von Lozano Boko gesehen hat, der weiß, dass der keine Führung braucht und ich glaube, auch Cashback Bellini in Form in allen Ehren und auch Anticius Diamant klasse-mäßig, für mich persönlich ist der Lozano Boko doch darüber zu stellen. Cashback Bellini läuft momentan aber in einer sehr starken Form. Sicherlich ist für mich eher dagegen als Anticius Diamant, aber ich habe dir Nico schon angekündigt, den Fisch, ich muss ein bisschen unter Druck setzen, wenn er schon heute unser Gast ist, also zweimal Bank, Christoph Fischer, in dem Fall auch zum Abschluss mit Lozano Boko. Ja, wie gesagt, ich halte sehr viel von ihm und ich glaube, der Christoph ist auch einmal glücklich, dass es über die Mitteldistanz geht, weil ganz die Sprintrennen ist er ja nicht so der Befürworter. Absolut nicht. Also nimmst du den Druck an, Fischi? Bitte? Nimmst du den Druck an? Ja, den muss ich wohl annehmen, mit so einem Pferd muss ich ihn annehmen und das Pferd hat es auch verdient. Ja, würde ich sagen. Ja, also klarer Favorit, Lozano Boko im Abschlussrennen, eine mögliche Bank, sind also Yves de Vilouf, Lozano Boko und wir haben es noch hinten eingangs gehört, Chakalak, bietet sich vielleicht eine 2 aus 3 an. Ansonsten, Alex, du wirst wahrscheinlich wieder eine Privat-Tipp-Gemeinschaft ins Leben rufen, ist das richtig oder hast du es jetzt aufgegeben? Aufgeben tut mir einen Brief, wie es so schön heißt. Ja, es sind immer wieder Entscheidungen dann dabei, wie gesagt, man probiert es gegen eine FD Vilouf als Hochprozenter, gegen irgendeinen Hochprozenter probieren wir es halt einmal, kann dann eine gute Entscheidung sein, nach dem Rennen ärgert man sich dann oft, weil man weiß, es wäre dann doch die Bank gewesen und man hätte vielleicht woanders den einen oder anderen dazu geschrieben, der dann fehlt. Das ist, ja, aber ich sage einmal, wenn ich eine Tipp-Gemeinschaft ins Leben rufe, dann ist es schon eine, wo ich jetzt keine Auszahlung von 200 Euro anstrebe, sondern schon etwas, wo es zumindest irgendwie Chance auf wenige Auszahlungen gibt, ohne Wiener, ja, da probieren wir natürlich das eine oder andere Pferde, da gehört immer Glück dazu, ich glaube, das weiß jeder, der VW-Ten spielt, aber zumindest die Möglichkeiten auf gute Auszahlungen bei einer Tipp-Gemeinschaft, das ist der Grund, warum ich eine aufsetze, mit trotzdem kleinem Geld und kleinem Anteil, dass die Leute dabei sind und das sollte halt ein Schein sein, der ein bisschen in Relation steht, auch zum Checkpoint, zum Einsatz, was man gewinnen kann, von dem her, wie gesagt, aufgeben tue ich sicher nicht, oh ja, eine Wette, die gebe ich auf. Super, schauen Sie also rein, Sonntag, am späten Nachmittag geht es los mit der Super 76-Wette um halb fünf ungefähr und dann geht sie bis in den Abend hinein, in den Sonntagabend zum Tatort, ist es dann pünktlich vorbei wahrscheinlich und ich darf mich auf jeden Fall bedanken bei Alex Sokol und natürlich für die Winner-Circle-Premiere Christoph Fischer. Fischi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Super, dann wünsche ich allen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, kommen Sie gut rein und die nächste Sendung wahrscheinlich findet am Karfreitag statt mit der Vorschau für Ostersonntag München-Dagefink und Ostermontag in Hamburg-Barnfeld. Nächster Rennntag ansonsten einen grünen Donnerstag in Gelsenkirchen und Karfreitag in Berlin-Mariendorf. Tschüss und noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. About A A A A A A B A A A A A Untertitelung des ZDF, 2020